Der englische Rekordmeister Manchester United mit Teammanager José Mourinho ist sensationell in der dritten Runde des Liga-Pokals ausgeschieden. Im Heimspiel gegen zweitliges Derby-County, der vom früheren Nationalspieler und einstigen Mourinho-Zögling Frank Lampa trainiert wird, unterlagen die Red Devils trotz früher Führung mit 7 zu 8 im Elfmeterschießen, 2 zu 2 1 zu 0. Englands Nationalspieler Phil Jones vergab den entscheidenden Elfmeter. Manchester musste ab der 67. Minute in Unterzahl spielen, nachdem Torwart Sergio Romero vom Platz gestellt wurde. Belgiens Nationalspieler Marouane Fellaini erzielte erst in der Nachspielzeit den Ausgleich gegen Derby. Keine Blüsse gab sich dagegen Meister und Titelverteidiger Manchester City. Beim Drittligisten Oxford United gewann das Team von Teammanager Pep Guardiola mit 3 zu 0, 1 zu 0 und zog souverän ins Achtelfinale ein. Gabriel Jesus, 36., Riyad Mahrez, 79., und Phil Foden, 90. 2. erzielten die Treffer. Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan wurde eingewechselt, Leroy Sané saß 90 Minuten auf der Bank. Schürrle fehlt im Fulham-Kader. Erstliga-Aufsteiger FC Wulham meisterte seine Aufgabe beim Zweitligisten FC Millwall ebenfalls souverän mit 3 zu 1, 1 zu 0. Neuzugang André Schürrle stand nicht im Kader der Londoner. Ebenfalls in der Runde der letzten 16 steht der frühere Meister Leicester City. Im Erstliga-Duell bei Aufsteiger Wolverhampton Wanderers setzten sich die Foxes im Elfmeterschießen mit 3 zu 2 durch. Nach 90 Minuten hatte es 0 zu 0 gestanden. Auch der FC Bournemouth steht in der nächsten Runde. Gegen Zweitligist Blackburn Rovers gewann Bournemouth mit 3 zu 2, 1 zu 0. Ohne Probleme meisterte Crystal Palace seine Aufgabe beim letztjährigen Erstliga-Absteiger Westbromwich Albion. Palace gewann mit 3 zu 0, 1 zu 0. Der Ex-Schalker Maximaler Meier saß 90 Minuten auf der Bank. Ausgeschieden ist dagegen der FC Burnley. Das Überraschungsteam der vergangenen Saison unterlagt bei Drittligist Burton Albion mit 1 zu 2, 1 zu 0. Am Mittwoch trifft unter anderem der in der Liga verlustpunktfreie FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp auf Ex-Meister FC Chelsea. Untertitelung des ZDF für funk, 2017